Hallo meine lieben Leute, heute gehe ich mal ins Tal für euch, weil ich die Pferde raussetzen muss oder muss nicht, aber ich möchte ja mithelfen. Aber ich bin ein bisschen krank, ich habe ja nicht so krank, aber ich habe Bauchschmerzen und so habe trotzdem die Schule überlebt. Sonst wäre ich ja hier nicht, aber komm her, komm. Ich habe meinen Hund dabei, weil es macht ihm Spaß. Und der ist jetzt, der läuft immer weg von mir, aber ich glaube das ist nur, weil er so groß macht. Kann ich aber... Nein, haben wir können! Komm her! Komm her! Jo! Okay, jetzt muss ich dich an die Leine tun. Komm mal bitte! Okay. Okay. Jo, sonst. Alles gut. Und dann sehen wir uns nur im Stall. See! Okay, jetzt habe ich ihn so. Daher geholt. Dann... 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 ...tue ich das hier. Hi! 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 Komm her! Komm her! Dann... Das ist das Pferd von meinem Bruder, die Assa. Dann muss ich die... Die anderen da rollen. So. Das hier ist meiner, heißt Oliver und das ist die Altfarbe, das gehört eigentlich uns allem. Der, Dieter, gehört uns aber nicht, hallo, so jetzt gehst du raus, komm komm, und ich weiß auch nicht so ganz wie sie heißt, komm her, komm her, mach, nein geh weg, du gehst wieder raus, bitte, raus, okay, jetzt guck ich mal ob sie kommt, ach man, komm zu, komm zu und du darfst rauskommen, ja komm, komm, ich weiß doch nicht, komm her, ich finde sie hat ganz viel Farbe eigentlich, komm her, ich habe zwar nicht jetzt, ach so, nee, ich habe zwar jetzt nicht Pferdesachen an, aber nur Pferdeschuhe und eine Jacke, ich habe nur keine Lust auf sowas, ach komm her, bitte, bitte, der Homa wartet, komm her, warum bist du so blöd, dann muss ich einfach hier rein zu dir kommen, warte mal, hier mache ich dann ein F, für meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich, geh raus, aber, nö, du gehst jetzt raus. Okay, das habe ich jetzt geschafft, ja, das habe ich jetzt geschafft, aber boah, was ist das Problem, das hat, das hat so lange gedauert und mein Homa musste warten, ja, und der hat ein bisschen gerollt, ne, ja, aber jetzt mache ich ihn wieder los, damit wir heim können gehen, aber das kann ich jetzt nicht mit einer Hand, ne, deswegen, okay, jetzt lasse ich den Homa ein bisschen laufen, ich habe hier die Leine und dann nehme ich auch ein paar, ein bisschen Gras, grünes Gras und mein Kaninchen und dann geht es wieder heim, aber, ja, eine kurze Info, ich möchte mich beschuldigen für das letzte Video, dass es zu spät online kam und das kam so, weil ich nicht zu Hause war und deswegen, ja, und, ja, dann möchte ich auch noch euch auch noch sagen, ich habe einen Slime und das ist jetzt der beste Slime bisher, und den mag ich jetzt am liebsten auch und, ja, ich glaube, wir sehen uns dann noch wieder, wenn ich schon drin bin, deswegen, tschüss! Hallo, ich möchte mich beschuldigen, dass kein Video jetzt die nächsten Wochen kam, ähm, an manchen Tagen war ich nicht zu Hause, jetzt habe ich Besuch, trotzdem lade ich jetzt das Video morgen, das lade ich jetzt morgen und ich wollte euch das sagen und das Slime, was ich gesagt habe, das kommt im nächsten Video, nur dann habe ich noch ein bisschen davon geändert, verändert, aber, ja, egal und deswegen, tschüss! ... ... ...